Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 26. November. Heute haben wir dabei Logitech, Plantronics, LinkedIn, Bitcoin und nochmals Bitcoin. Übers Wochenende kam heraus, dass Logitech daran arbeitet, Plantronics zu übernehmen und zwar für 2,2 Milliarden US-Dollar. Ja und was jetzt auch rauskam, also das Wochenende hat begonnen und ist zu Ende gegangen. Logitech hat gesagt, der Deal ist vom Tisch, der Merger oder die Übernahme wird entsprechend nicht stattfinden. Also das ist der Stand jetzt und wir warten mal ab, ob es denn wirklich so bleibt oder ob sich da vielleicht noch was tut. Vielleicht geht es auch nur ums Geld. Was jetzt auch rauskam, war ein Report am letzten Freitag von der irischen Data Protection Gruppe, wollte ich sagen. Nee, also vom irischen Data Protection Commissioner, also der irische Datenschutzbeauftragte, wie auch immer. Auf jeden Fall ein sehr wichtiger Herr und die haben sich diverse Sachen angeguckt und unter anderem kam da in diesem Report auch raus, dass LinkedIn 18 Millionen E-Mail-Adressen verwendet hat und damit zielgruppengesteuerte Anzeigen auf Facebook geschaltet hat. Und wie sie überhaupt an die E-Mails rangekommen sind, wissen sie nicht. Aber auf jeden Fall verstößt das eindeutig gegen die DSGVO, die allerdings natürlich auch erst seit Mai in Kraft ist und das Ganze ist davor passiert. Von daher ist alles ein bisschen komplexer. LinkedIn entschuldet sich natürlich auch. Ja, aber es bleibt trotzdem, glaube ich, ein kleiner Beigeschmack dabei. Denn sie haben es einfach mal gemacht, obwohl sie wussten, dass sie es nicht durften und entschuldigen sich jetzt. Ja, so einfach ist es leider anscheinend doch. Aber sollte es nicht sein. Denn gerade LinkedIn ist auch sehr aggressiv beim Abgreifen von neuen Kunden. Sprich, wenn man sich anmeldet, da wird einem ja direkt sofort das E-Mail-Postfach vorgeschlagen mit allen Adressen und die sollte man anschreiben. Und wenn man das gemacht hat, werden die Kontakte, die man da drin hatte, entsprechend mehrmals, ja, in Anführungsstrichen schon aggressiv aufgefordert, doch auch bei LinkedIn beizutreten. Also mal gucken, ob sich da jetzt was tut. Ich fände es auf jeden Fall richtig. Wo sich aber was getan hat im negativen Sinne und das schon seit einem Jahr ist bei den ganzen Kryptowährungen und besonders auch bei Bitcoin. Und jetzt ist es passiert. Bitcoin ist das erste Mal wieder unter 4000 US-Dollar gefallen. Das war ein Wert, den er im letzten Jahr, im August hatte. Da ging es allerdings natürlich in die andere Richtung, nämlich nach oben. Und ja, schauen wir mal, wie das so weitergeht und ob nicht bald mal das Ende gefunden ist oder ob es wirklich nah an Null geht. Ist auf jeden Fall ein interessanter Markt und ja, es gibt halt viele Ungereimtheiten immer noch, wie mit Bitcoin und Kryptowährungen umzugehen ist. Aber nicht desto trotz hat nämlich auch der US-Bundesstaat Ohio jetzt die Möglichkeit eingeführt, seine Steuern mit Bitcoin zu bezahlen. Das ist zwar nicht für private Steuern gedacht, sondern nur für Unternehmen. Und die Bitcoins landen auch nicht direkt in einem Wallet, das dem Bundesstaat Ohio gehört, sondern werden vorher von der Firma BitPay in Dollar umgewandelt, die dann der Staat Ohio bekommt. Aber auf jeden Fall, es ist etwas Öffentliches und also ist ein öffentliches Institut. Man kann Steuern damit bezahlen. Das ist schon ein Schritt in die Akzeptanz, würde ich mal sagen. Und besonders interessant mal zu sehen, wie die anderen Bundesstaaten in den USA das Handhaben und Nachziehen oder ob es weitere Diskussionen gibt oder wie sich der Markt dort reguliert. Ja, das war es dann auch für den Start in die Woche. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bleibt positiv. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.